Guten Tag, heute werde ich Ihnen erklären, worin der Unterschied zwischen echten Monsterbeats bei Dr. Dre und gefälschten Monsterbeats bei Dr. Dre Studios besteht. Ich habe hier die schwarze Version der Studios als Fälschung vorhanden. So, als erstes Merkmal kann man erkennen, dass sich hier kein Schild mit einer Seriennummer befindet. Bei den echten Monsterbeats ist dort ein silbernes Schild mit einer Seriennummer angeklebt. Merkmal Nummer 2, die echten Monsterbeats bei Dr. Dre kann man viel weiter ausziehen als diese hier. Das heißt, sie sind um einiges größer im ausgefangenen Zustand. Punkt 3, die Scharniere sind viel schlechter verarbeitet als bei den echten Beats. Bei den echten Beats rasten sie richtig ein und man hört auch einen Klackton. Ja, dann als nächstes, der Akkudeckel hier, der klappert sehr sehr stark. Und die Ohrmuscheln lassen sich nur nach oben und nach unten bewegen. Bei den echten lassen sie sich auch nach vorne und nach hinten bewegen und sind viel flexibler. Dann kann man hier an diesem Edelstahl sehen, dass es sehr uneben ist zu dem Plastik hier. Und an dem Leder kann man erkennen, dass es gewellt ist und damit auch ziemlich schlecht verarbeitet ist. Außerdem sind bei den echten Monsterbeats hier keine schwarzen Schrauben, sondern silberne. Nun zum Zubehör. Bei meinen gefälschten Beats kann man erkennen, dass aus dem Kopfhörerkabel das Label von den Beats einfach nur aufgemalt ist. Bei den echten müsste dort eine richtige Prägend vorhanden sein. Das gilt auch für das schwarze Kopfhörerkabel. So, als letztes zur Tasche. Hier ist bei den echten noch eine Tasche mit Gummizug innen drin vorhanden, um dieses ganze Zubehör dort reinzustecken. Ich hoffe, mein kleines Video hat Ihnen gefallen und auch geholfen. Auf Wiedersehen.